Hey, was geht ab? Hier ist Yard. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Willkommen zurück beim Null Bullshit Body. Und in dieser Folge soll es heute um die optimale Diät gehen, besonders aber um die Frage, wie baut man die perfekte Diät auf? Welche Planung machen wir zum Beispiel, wenn wir Ernährungspläne erstellen? Welche Gedanken fließen mit ein in eine professionelle Ernährungsplanerstellung? Welche individuellen Überlegungen sollte man machen? Und vorweg möchte ich auch mit einigen Mythen aufräumen, die ich so immer sehe bei den Lesern, bei den Challengern etc. Wir hören uns gleich zurück nach dem Intro und viel Spaß mit dieser Episode. Hey, was geht ab? Hier ist Yard und das war ein etwas anderes Intro, denn ich habe mich ein bisschen umgehört zum Feedback von meinem Podcast. Und mir wurde gesagt, dass das bisherige Intro total unprofessionell ist, beziehungsweise so sehr aufgesetzt wirkt. Und das stammt noch von vor zwei Jahren. Ich hatte ja, hey, damals dachte ich, man müsse das so machen, das wäre die feine englische Art, um es auf gut Deutsch zu sagen. Nichtsdestotrotz werde ich in Zukunft ein anderes Intro machen, bis dahin habe ich mir jetzt einen Scherz erlaubt sozusagen. Und gleichzeitig versuche ich, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, auch ob es technisch funktioniert, diese Podcast-Folgen abzufilmen. Das heißt, wenn du mein Gesicht dazu sehen willst, dann kannst du gerne auf YouTube gehen. Ansonsten bist du vielleicht gerade auf YouTube und siehst mich jetzt hier gerade für den Hinweis für die Leute auf YouTube. Das Ganze gibt es auch auf Spotify und auf iTunes, quasi als saubere Audiodatei oder auf meinem Blog. Und ich dachte mir einfach, hey, komm, ich zeige einfach mal mein Gesicht dazu, weil ich das Ganze jetzt ja mittlerweile seit zwei Jahren abfilme. Wir haben jetzt mittlerweile, das ist die 90. Podcast-Episode. Wir nähern uns langsam der 100, der magischen 100, was ziemlich geil ist. Und ja, in diesem Sinne, vorab vielen, vielen Dank für die neuesten Kommentare auf iTunes. Wie gesagt, ich lese das jede einzelne Woche und freue mich sehr, dass ihr das hier mögt, was ich mache und dass es euch realen Mehrwert bietet. Und von daher bin ich sehr motiviert, das Ganze in dieser Form weiterzumachen. So, ausgegebenen Anlass, weil quasi wir gerade mitten in der 90-Tages-Challenge sind und mal wieder die ganzen Probleme an die Oberfläche von selbst kommen quasi mit den Diäten, mit der Langfristigkeit, mit der Adherenz, mit der Konsistenz, möchte ich heute über das Thema Diäten reden. Außerdem bin ich ja selber gerade mitten auf Diät, das heißt meine diesjährige Diät steht an, beziehungsweise jetzt ist die neunte Woche, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ich bin jetzt so 65 Tage auf Diät. Und langsam sieht man auch tatsächlich die ersten Erfolge. Ich sehe definierter aus und nach meiner massigen Off-Season sozusagen bekomme ich wieder langsam einen clean, ästhetischen Look und bin sehr, sehr froh darüber und möchte heute mit dir darüber sprechen, was ich die letzten sechs Jahre gelernt habe, in welche Fettnäpfchen ich tatsächlich auch getreten bin, was ich aber auch vor allem dir raten würde, wenn wir eins zu eins miteinander reden würden, beziehungsweise wie tatsächlich professionelle Dienstleistungen bei uns aussehen, die wir dann für die Leute erfüllen, wenn sie zum Beispiel zu uns kommen und Hilfe brauchen. Und ich möchte quasi heute aus der Helikopterperspektive auf einige Dinge hinweisen und dann kannst du für dich selbst reflektieren, okay, hey, mache ich das wirklich oder habe ich davon nur vielleicht gehört? Habe ich vielleicht den Fokus auf ganz falsche Dinge, glaube ich noch weiter an irgendwelche Mythen oder bin ich eigentlich schon gut unterwegs und eventuell nur ungeduldig, beziehungsweise kann mich auf das System vertrauen, welches ich ja auch in den Büchern beschreibe, welches ich ja auch immer hier beschreibe und in den Blogbeiträgen und muss das Ganze einfach nur länger machen. Ich habe diese Podcast-Folge jetzt quasi in zwei Teile untergliedert. Das erste ist, dass ich auf einen Gemüten eingehe, beziehungsweise Dinge anspreche, die ganz klar unwichtig sind. Klar, jetzt in den letzten zwei Jahren ist das nicht ausgeblieben hier auf diesem Podcast vor allem, dass ich das ein oder andere schon mal so genannt habe. Und nichtsdestotrotz erachte ich als sehr, sehr wichtig, diese Dinge immer wieder zu kennzeichnen, weil man immer wieder dazu neigt, wenn man zum Beispiel ein YouTube-Video sieht und dann ist man verunsichert. Und dann, ja, ich muss das vielleicht doch so machen oder lieber doch so machen. Und ich habe quasi heute auch ein paar Studien mitgebracht, auf die ich eingehen möchte, um dann im zweiten Teil darauf zu kommen, hey, so solltest du wirklich deine Diät planen. Wir reden heute eigentlich fast nur über die Ernährung, beziehungsweise Dinge, die mit der Ernährung zu tun haben. So, im Englischen, without further ado, würde ich sagen, wir steigen einfach direkt ein mit den Mythen. Und ich habe hier im Grunde drei große Bereiche, beziehungsweise zwei bis drei große Bereiche erstmal notiert und ich möchte damit einsteigen, beziehungsweise ein Bewusstsein dafür entwickeln, das war mir früher selber gar nicht so klar, bis ich erstmal tiefer in die Literatur geguckt habe, dass Diäten im Großen und Ganzen scheitern. 95 Prozent aller Diäten sind tatsächlich statistisch gesehen zum Scheiten verursacht und wenn wir uns, also das Problem ist nicht, dass Leute nicht abnehmen können und statistisch den Erfolg einer Diät hat man, wenn man glaube ich 10 Prozent vom Körperfett, Entschuldigung, nicht vom Körperfett, sondern vom Körpergewicht verloren hat, also wenn du zum Beispiel 100 Kilo wiegst als Mann und dann dein Gewicht auf 90 Kilo reduziert hast, damit ist man vielleicht noch nicht am Ziel angekommen. Man ist aber statistisch gesehen erfolgreich. Und vielleicht ganz kurz vorweg, noch ganz am Anfang dieser Podcast-Folge, weil das Thema Diäten ist so unfassbar kompliziert und es geht so unfassbar tief und ich sehe leider immer noch jeden einzelnen Tag quasi den Hinweis, ja ist einfach weniger und bewegt dich mehr. Und das ist so, diese Logik entschließt, also in diesem Satz entschließt sich mir jegliche Logik und ich als Coach sozusagen und jemand, der das professionell macht seit sechs Jahren mittlerweile denke, das wird dem nicht im Ansatz gerechnet. Das ist der Grund, warum so viele Diäten scheitern. 95 Prozent aller Diäten scheitern. 95 aus 100 Leuten sind nicht erfolgreich in ihrer Diäten. Und das ist einfach zu plump und zu oberflächig zu sagen, iss weniger und beweg dich mehr. Das ist so, ja okay. Wenn wir bei dieser Logik bleiben würden, dann würde man sagen, okay, wie werde ich der beste Fußballspieler der Welt? Schieß mehr Tore als alle anderen. Wie werde ich der neue Michael Schumacher im Formel 1 fahren? Fahr einfach schneller als alle anderen. Wie werde ich der schnellste Sprinter sozusagen? Ja, sei einfach schneller als Eugene Boll sozusagen. Und dann denke ich, ja, okay, danke Bro für den Hinweis, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Und der Unterschied zwischen all diesen Dingen ist, dass der Körper, die Ernährung, die Psyche deutlich komplexer und komplizierter ist, weshalb es sich einfach nur hier lohnt, genauer hinzugucken. Und tatsächlich ist es in der realen Welt, was die Spreu vom Weizen trennt, nicht nur allein die Disziplin. Ja, wir brauchen definitiv Disziplin und ohne Disziplin geht es nicht. Aber Erfolge bzw. Wissen gehen der Disziplin ganz klar voraus. Und dann kommt die Disziplin eigentlich erst zum zweiten Schritt, wenn man die ersten Erfolge sieht und dabei ist und wirklich merkt, dass das eigene Handeln ein Erfolgsversprechen ist. Wir wissen ganz klar, dass obwohl die meisten Leute statistisch gesehen erfolgreich abnehmen, also Gewicht verlieren können, dass die Leute sehr gut darin sind, wie gesagt, diese 10% vom Körpergewicht weniger reduzieren. Wissen wir aber auch, dass ungefähr 50% dieser Leute dieses Gewicht nach einem Jahr nach Diät wieder voll drauf haben. Nach zwei Jahren sind es glaube ich 85-90%, die das Gewicht wieder voll drauf haben und nach drei Jahren sind es unglaubliche 95%, die das Gewicht wieder voll drauf haben und es kommt noch dicker. Von diesen 95% nehmen statistisch gesehen 50% sogar noch viel mehr zu. Das heißt, sie sind nach ihrer Diät, was man durchaus nach drei Jahren noch sein kann, noch mehr zu. Sie sind noch dicker, noch fetter, leben noch ungesünder. Und ich glaube, eine dieser Studien heißt, ich verlinke dir alles in den Shownotes bzw. in den Infobereich auf YouTube oder wo auch immer, wie das heißt. Ich glaube, The Mediocre Results of Dieting. Das sind vier Studien, die zu diesem Thema sehr, sehr spannend sind. Verlinke ich dir, kannst du alles nachgucken, auch zu anderen Dingen, die ich heute ansprechen werde. Aus dieser Warte her ist es durchaus wichtig, dass man die Dinge anspricht und sich darüber Gedanken macht, weil die Chance bei 95% steht, dass man die Fehler macht, die 95% der Leute machen. Und ich dachte früher auch, dass es, okay, eine Wahrscheinlichkeit von 5% reicht schon, weil ich bin ein junger, dynamischer Typ und was soll das schon? Alle anderen sind Loser um mich herum, links und rechts. Mir reichen 5%, um einen Erfolgsquote zu haben. Und mittlerweile bin ich nicht mehr so, wie soll ich sagen, ich bin immer noch halbwegs jung, aber nicht mehr so missionarisch unterwegs bzw. habe auch gesehen, hey, krass, ich bin auch nur ein Mensch. Und wenn das Kollektiv diese Fehler macht in der Regel, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich diesen Fehler auch mache. Und tatsächlich lohnt es sich hier genauer hinzugucken. Also heute die Quintessenz meiner ganzen Coaching-Erfahrung und was ich tatsächlich dir sagen würde, wenn es darum geht, erfolgreich den Körperfettanteil zu reduzieren, sowohl um einen gesunden und optisch guten Körperfettanteil zu haben, aber auch um zum Beispiel letzten Prozente rauszuholen und wirklich definiert zu sein, Sixpick zu haben, dass man die Streifen sieht in der Brustmuskulatur, im Trizeps, in den Schultern, wo auch immer, wenn man wirklich sagt, okay, ich will auch optisch wirklich was reißen, aber auch wenn es wirklich darum geht, hey, ich will einfach nur 15 Kilo abnehmen, wie packe ich das überhaupt? Wie gehe ich das sauber an? Also der allergrößte Fehler ist im Grunde, liegt, wie gesagt, wenn wir uns diese, wir wissen das ja, warum 95% aller Diäten scheitern langfristig, wissen wir, dass eines der ganz, ganz großen Probleme darin erstmal liegt, dass man den Fokus auf unwichtige Dinge legt und hier einen gewissen Gratis-Perfektionismus an den Tag legt, der aber dafür sorgt, dass man am Ende scheitert. Im Fachjargon, beziehungsweise so wie ich das immer ganz gerne nenne, ist das, dass man nicht den Karren vor das Pferd spannen soll, beziehungsweise sich dann im zweiten Schritt nicht wundern sollte, warum das Pferd keine Leistung auf die Straße bringen kann und wir keine Resultate erzielen können. Don't put the cart before the horse, sagt man so schön im Englischen. Und hier steht an ganz, ganz oberster erster Stelle die Lebensmittelauswahl, also was esse ich tatsächlich während einer Diät und hier gibt es die wütesten, abstrakten Ideen, was man denn machen sollte, um wirklich Fett zu verlieren. Das meiste, was ich sehe, vor allem in den Kommentaren, wenn ich zum Beispiel bei Facebook einen Beitrag poste, zum Beispiel zu meinem Buch, hey, ja, bewege dich mehr und ernähre dich gesund. Und das ist eigentlich mit der undankbarste Ausspruch im Fitness, den ich nur kenne. Also bewege dich mehr, ernähre dich gesund. Und das ist so, ja, okay, krass, da wäre ich jetzt irgendwie nicht drauf gekommen. Wenn du wirklich denkst, okay, scheiße, ich komme von meinem Körperfettanteil nicht runter, ich habe schon dies und jenes ausprobiert. Und dann kommt jemand und sagt, ja, ernähre dich gesund, hat für mich funktioniert. Das ist so, okay, wow, danke. Wir wissen sehr gut aus der Studie und die kann ich immer hier gerne aufmachen. Beziehungsweise, wie gesagt, du findest den Link dazu in den Shownotes. Also, erste Frage, sind gesunde Lebensmittel, also zum Beispiel Bio- oder organische Lebensmittel, besser und gesünder zum Abnehmen als, in Anführungsstrichen, konventionelle Alternativen? Also kein Bio-Obst, kein Bio-Gemüse, solche ganzen Geschichten. Die Studie ist hier vom Jahr 2012 und zwar von, was haben wir denn hier, Crystal Smith Spangler et al. und seinen Kollegen. Ich glaube, das sind neun weitere Kollegen gewesen, wenn ich das hier richtig sehe. Wie gesagt, aus dem Jahr 2012, die Studie heißt Are Organic Fruits Safer and Healthier than Conventional Alternatives? Und die Antwort lautet Nein. Es ist nicht besser für den Fettverlust, nur Bio zu essen. Es ist nicht gesünder, sich einfach nur auf Bio zu verlassen. Das wird den Trick alleine nicht regeln. Das hat in der Regel relativ wenig Auswirkungen auf sonstige Gesundheitsmarker wie Insulinsensibilität, Blutfettwerte, solche ganzen Geschichten. Und auch das Gleiche zum Beispiel mit Tiefkühl, Obst und Gemüse, solche ganzen Geschichten. Die sind nicht unbedingt immer sehr stark mikronährstoffärmer. Das ist irgendwie ein Mythos, der sich in die Köpfe eingebrannt hat, dass nur Bio nur gesund ist und dass quasi die Paprika, die nicht Bio ist, dass sie eigentlich schon fast schlecht für einen ist. Was Blödsinn ist. Und das ist sozusagen eigentlich einer der vielen Ansätze bzw. Glaubenssätze, wo man sagt, okay, ich muss mich gesund ernähren, ich muss Bio kaufen. Dann wird auf einmal alles gut werden. Das ist es nicht. Das zweite große Ding, was sehr, sehr riesig ist, und darüber haben wir in der Vergangenheit eigentlich auch schon sehr häufig geredet, ist diese Thematik Low Carb vs. High Carb. Was ist wirklich besser zum Fettverlust? Und es ist tatsächlich vollkommen egal, was man macht. Hier ist die Frage, was kann ich länger oder lange umsetzen? Wo habe ich die bestmögliche Adherenz? Und die wahrscheinlich beste Studie zu dieser Thematik ist die sogenannte Diet-Fit-Studie von Christopher Gardner et al. Und zwar aus dem Jahr 2018. Die ist wirklich sehr aktuell. Dieser Link in den Shownotes. Diese Studie heißt Effekt of Low Fat vs. Low Carbohybridrate. Das ist ein schwieriges Wort. Diet on 12 Month Weight Loss on Overweight Adults. Das heißt, ich bin ja schon in der Vergangenheit sehr, sehr häufig auf die Thematik Low Carb eingegangen und ich will es jetzt hier einfach nur mal kurz skizzieren. Diese Studie sagt ganz klar, man wird mit beiden Diätenformen gleichermaßen abnehmen. Wir sind immer noch auf der Meta-Ebene bzw. Kategorie Lebensmittelauswahl. Und Lebensmittelauswahl ist ganz klar Low Carb oder High Carb. Vermeide ich Kohlenrate, vermeide ich Zucker, habe ich Angst davor, denke ich, dass Insulin mich dick macht? Nein, das ist am Ende dieses Tages die Energiebilanz und der Überschuss. Und wir haben hier eine sehr, sehr schöne Studie, die hoffentlich jeder sich wenigstens mal anguckt bzw. wenigstens das Abstract leakt, dass man einfach diesen alten Glaubenssatz aus dem Kopf gepustet bekommt, dass Low Carb das Mittel ist zum Fettverlust und dass man Low Carb unbedingt machen muss. Und ich habe per se nichts gegen Low Carb, wenn Leute sagen, ich mag Low Carb einfach lieber, ich kann damit mich besser an mein Kaloriendefizit halten, wie auch immer, dann finde ich das vollkommen in Ordnung, damit habe ich überhaupt kein Problem. Womit ich ein Problem habe, ist häufig ein dogmatisches Verhalten von Low Carb Anhängern, die alles andere schlecht reden wollen, verteufeln wollen, sagen, du bist im Grunde schon fast tot, wenn du Obst isst, wenn du hin und wieder mal Süßigkeiten isst oder was auch immer, was so einfach nicht stimmt. Low Carb bzw. High Carb, vollkommen egal. Hauptsache man hält sich an seine Diät und ist in der Lage, das lange umzuführen. Das dritte große ist ein zu großes extremes Verhalten und danach möchte ich jetzt gleich auf die Dinge kommen, die man wirklich machen sollte. Ein zu extremes Verhalten führt dazu, dass wir nicht in der Lage sind, das Ganze langfristig umzumachen. Und hier ist das Hauptkernproblem, warum 95% aller Diäten scheitern. Was man quasi im Kopf hat, also man denkt an Anfang und Ende, an Transformation und dann wieder normal, ich gehe zum normalen Leben zurück, ich fange die Diät an und beende diese Diät aber auch irgendwann. Aber das ist Blödsinn. Im Grunde muss man das, was man so macht, in der Lage sein, auf Ewigkeiten umzusetzen. Und ich sehe das besonders hier bei den Leuten, die wirklich aktiv versuchen, Fetts zu verlieren, dass sie, obwohl sie das alles hören, zu unsicher sind und zu schnell in zu Extreme verfallen wollen. Zum Beispiel, ich will auf einmal jeden Tag Kardiotraining machen. Ich will auf einmal jeden Tag ins Training gehen, Sport machen. Ich will auf einmal am Tag nicht mehr als 1000 Kalorien essen oder ein Kaloriendefizid von 1000 erzeugen, um so noch schneller abzunehmen. Das funktioniert alles nicht. Und hier kann ich jeden einladen, das gerne zu machen. Ihr könnt bitte gerne jeden Tag Rennen gehen. Ihr könnt bitte jeden Tag gerne zum Sport gehen. Ihr könnt gerne jegliche Form von Süßigkeiten aus eurer Nährung streichen. Bitte macht es immer nur mehr von den Extremen. Und ihr seid in besserer Gesellschaft mit 95% aller anderen Menschen, die damit sehr auf die Schnauze fallen, sich eine blutige Nase holen und langfristig eben keine Erfolge erzielen werden. Das solltest du aber allerdings alles nicht tun. Und es ist häufig dieser aufgesetzte Perfektionismus, der den meisten Menschen komplett im Wege steht und dafür sorgt, dass man nicht in der Lage ist, seine Ziele langfristig zu erreichen beziehungsweise auch mal Resultate zu erzielen, die tatsächlich überdurchschnittlich sind. Sei das nun ein unterdurchschnittlicher Körperfettanteil und du sagst, okay, krass, das kriegt man nicht einfach mal so hin. Oder sei das zum Beispiel überdurchschnittliche Kraftwerte in bestimmten Übungen, wo du sagst, okay, ja, die, weiß ich nicht, 80, 90% aller Leute, die im Fitnessschule sind, sind zum Beispiel nicht in der Lage, solch ein Gewicht zu bewegen. Dann weißt du, okay, du hast wahrscheinlich vermutlich irgendwas richtig gemacht. Diese drei Punkte sorgen dafür, dass die allermeisten Diäten scheitern. Du weißt, ich habe viele, viele Podcast-Folgen in der Vergangenheit schon dafür aufgenommen, darüber und auch in Zukunft noch, wo ich immer noch tiefer in diese einzelnen Episoden beziehungsweise Teilgebiete tiefer gehen werde. Ich möchte jetzt hier aber nochmal einfach aus der Helikopterperspektive skizziert haben. Jetzt kommen wir zu den fünf Dingen, die wirklich mit einfließen, beziehungsweise sechs, wenn es darum geht, Dinge richtig zu machen in der Diät. Wie mache ich meine Diät? Wie schaffe ich es jedes Jahr auf 8% Körperfettanteil zu kommen? Und wirklich auch mit den Lesern und mit den Leuten, was machen diese Leute anders im Gegensatz zu den anderen 95% der Geschichten, die Diäten. Das erste ist die Kalorien- und die Proteinmenge. Das macht so ungefähr 90% des Gesamterfolges aus. Die richtige Kalorienzufuhr und die richtige Proteinzufuhr. Auf der einen Seite sollten wir kein extremes Kaloriendefizit haben. Also Kaloriendefizit ist ein Muss. Das muss gegeben sein. Da möchte ich heute eigentlich nicht tiefer drauf eingehen. Das sollte eigentlich jedem Menschen klar sein. Ich kann nur im Kaloriendefizit effizient Fett verlieren. Während wir eine relativ hohe Proteinzufuhr anstreben sollten. Wir wissen ganz klar, dass eine Diät mit viel Protein eine Diät mit wenig Protein immer ganz klar überlegen ist. Grundsätzlich, wie hoch sollte das Kaloriendefizit im idealen Falle sein? Wir reden hier ungefähr von 20%, die man im Kaloriendefizit sein sollte. Beziehungsweise ein Kaloriendefizit zwischen 300 bis 500 Kalorien. Das ergibt sich daher, ich bin eher ein großer, großer Fan davon, eher langsamer zu verlieren, weil das besonders für uns Kraftsportler dafür sorgt, dass wir mehr Kraft behalten, mehr Muskelmasse behalten und bis zu einem gewissen Grad sogar weiterhin Muskulatur aufbauen können. Es gibt ja Ausnahmen, beziehungsweise Dinge, die erfüllt sein müssen. Zum Beispiel als Anfänger kann man wunderbar Muskulatur aufbauen, selbst im Kaloriendefizit. Dieses Potenzial nimmt mit den Jahren ab. Wobei ich glaube, dass viele Leute noch sehr viel Potenzial haben, zum Beispiel was das Timing angeht, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, um noch mehr aus ihrer Ernährung rauszuholen. Und deshalb einfach größere Erfolge feiern beim Muskelaufbau, auch zum Beispiel im Kaloriendefizit. Diese Studie, die ich hier sehr, sehr gut finde, heißt Effect of Two Different Weight Loss Rates on Body Composition and Strength and Power Related Performance in Elite Athletes. Das heißt, es ist keine Anfängergruppe. Wir haben hier Elite Sportler. Ich glaube, die haben hier, ich habe die Studie schon mal genauer analysiert in einer anderen Folge. Die haben hier wahnsinnig viel gebencht und gesquattet. Und das waren alles richtig starke Kollegen hier, die Studie aus dem Jahr 2011 von Ina Garth et al., den Link dazu, wie immer in den Shownotes, kannst du gerne nachlesen. Oder bei mir auf dem Blog habe ich auch einen einzelnen Beitrag, fast nur über diese Studie, die herausgefunden hat, dass die ideale Rate zum Abnehmen bei 0,7 Prozent des eigenen Körpergewichts sein soll. Was zum Beispiel auf einen 85 Kilo schweren Mann bei 600 Gramm pro Woche ist. 600 Gramm. Ich bin eigentlich fast eher noch ein Freund von noch langsamer, weil man dann wirklich sagen kann, okay, man wird noch mehr Leistung für das Studie haben. Man wird wahrscheinlich noch ein noch höheres Potenzial zum Muskelaufbau haben und alle solche Geschichten. Und das Ganze ergibt sich, ist dann möglich, immer dann, wenn wir in einem Kaloriendefizid zwischen 300 bis 500 Kalorien am Tag sind. Das wird zu besseren Leistungen führen, zu einem besseren Erhalt der Muskelmasse. Und wir haben dann ausreichend, weil wir genügend Kalorien haben, haben wir ausreichend Platz für die wichtigen Mikronährstoffe, die auch mitverantwortlich sind für unsere Gesundheit und dass unser System, unser Organismus einfach sauber funktioniert. Und wir werden eine, und das ist fast am wichtigsten, eine hohe Adherenz haben. Wir werden in der Lage sein, das Ganze langfristig zu machen, weil wir nicht das Gefühl haben, wir hungern gerade die ganze Zeit und sind super arg auf Verzicht. Das zweite ist die Proteinmenge, die super, super wichtig ist und das vor allem im Einklang. Die sollte bei ungefähr 2,2 Gramm bis 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nehmen. Das macht auf einen 85 Kilo schweren Mann ungefähr 187 Gramm Protein bis 204 Gramm Protein am Tag. Und bei einer 60 Kilo schweren Frau sollte das bei 132 bis 144 Gramm am Tag liegen. So, wenn man das hat, dann macht man tatsächlich 90% von dem Verfügbaren richtig. Wenn das am Tagesende erfüllt ist, dann ist man auf Kurs. Und das sollte, man muss sich immer vor Augen halten. Es ist nicht, wie viel Zucker wir essen, es ist nicht, wie viel Gemüse wir essen, es ist nichts in der Ernährung außer diese beiden Dingen. Kalorien und Proteinmenge. Punkt Nummer 2, Protein-Timing. Und das ist der nächste Punkt, den man angehen sollte, wenn man sich mehr Gedanken machen kann darüber. Wir wissen, und zwar, dass es eigentlich, ich bin so, also eigentlich bin ich ein sehr, sehr großer Ernährungsfanatiker, beziehungsweise mag sehr, sehr gerne diese Studien, die Ernährung sind, weil ich einfach merke, dass der Benefit extrem groß ist, wenn man diese Hacks macht. Und dass jeder sagt, ja, das habe ich schon gehört, das ist ja nichts Neues, bla bla bla, Bullshit. Die meisten Leute machen es nicht so in dieser Form und das beweist die Praxis erschreckenderweise. Aus diesem Grund ist dies auch eines meiner liebsten Studien, weil das hat mich Jahre gekostet, bis ich hier rauf gekommen bin. Und diese Studie ist von Brett Schönfeld und Alan Aragon, also zwei wirklich große Namen im Research-Feld sozusagen, aus dem Jahr 2018. How much protein can the body use in a single meal for muscle building implications for daily distributions? Englische Sprache, schwere Sprache, Entschuldigung, wenn ich hier Aussprechfehler habe. Also diese beiden Kollegen, beziehungsweise es sind keine Kollegen von mir, weil ich bin kein Research-Forscher, aber diese beiden Forscher, welche wirkliche Koryphäen auf dem Gebiet sind, haben sich quasi mehrere Auswertungen gemacht, Analysen, systematische Auswertungen etc. pp. und sind zu dem Fazit gekommen, dass man seine Proteinzufuhr, diese eben bereits genannte, auf vier gleiche Mahlzeiten am Tag aufteilen sollte. Um noch ein bisschen weiter zu klug scheißen und tiefer in die Thematik zu gehen, sollte die ideale Proteinzufuhr bei 0,4 bis 0,55 Gramm je Kilogramm Körpergewicht sein. Dies wird eine anabole Muskelproteinsynthese auslösen, dafür sorgen, dass sie tatsächlich Muskelmasse halten, beziehungsweise sogar Muskulatur aufbauen. Auf den 85 Kilo schweren Mann sind das zwischen 34 bis 46 Gramm Protein am Tag und auf die 60 Kilo schwere Frau 24 bis 33 Gramm. Wir sollten natürlich hier auf besonders hochwertige Proteinquenn setzen, wie Fisch, Fleisch in sämtlichen Versionen und Varianten, auf Eier, zum Beispiel aber auch Whey-Protein, Magerquark, Körniger, Frischkäse, Linsen oder gerne auch Tofu. Damit sind wir beim Punkt Nummer 3 angekommen. Also wenn du diese beiden Dinge abgehakt hast, dann machst du schon 95% richtig von dem, was du überhaupt machen kannst. Oder 85 bis 90, sagen wir so. Ich lehne mich noch nicht zu weit aus dem Fenster, weil dann machst du schon ultra viel richtig und musst das Ganze eigentlich nur 8 bis 12 machen und du wirst unfassbare Erfolge damit feiern. Drittens, wähle bewusst Lebensmittel, die du liebst. Anstatt, was die meisten Leute machen, ist Lebensmittel zu exkludieren, die sie für schädliche achten, Zucker, Süßigkeiten, Marmelade, Gummibärchen, Döner oder was auch immer, sollte man es genau umgekehrt machen und bewusst Lebensmittel integrieren, die man sehr, sehr gerne jeden Tag essen würde und auf die man nicht verzichten kann. Das wird wieder unfassbar die eigene Adherenz füttern und dafür sorgen, dass das eigene Handeln langfristig erfolgreich ist. Das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, okay, ich kann morgens nicht auf meinen Kakao verzichten. Kakao ist dann eigentlich nur Zucker und ein bisschen Kakaopulver in Anführungsstrichen. Den will ich in meinem Milch haben oder in meinem Wasser haben. Dann sag ich, yes, würde ich vielleicht persönlich nicht so machen, aber wenn du wirklich sagst, okay, das will ich, muss ich jeden Tag essen, go for it. Das gleiche ist mit Cornflakes, mit Haferflocken. Ich liebe Haferflocken oder ich liebe auch meinen Magerquark. Ich würde niemals eine Diät machen ohne Haferflocken und Magerquark. Und das Ganze solltest du auch machen. Bitte schreib dir auf, 5 bis 10 Lebensmittel, die du so in dieser Form sehr, sehr gerne jeden Tag essen würdest und baue den Rest drumherum. Viertens solltest du darauf aber trotzdem Acht geben, dass du mindestens eine gemüsereiche Mahlzeit am Tag hast. Zum Beispiel, das mache ich sehr gerne, eine große Gemüsepfanne am Tag essen. Da kannst du zum Beispiel Dinge drin haben wie Spinat, Paprika, Süßekartoffeln, Brokkoli oder aber du machst zusätzlich eine gemüsereiche Mahlzeit und eine obstreiche Mahlzeit. Du kannst zum Beispiel ein Obst machen mit Magerquark, solche ganzen Geschichten. Das ist auch sehr, sehr cool. Punkt Nummer 5, solltest du darauf achten, dass du eine sehr gute Pre-Workout-Mahlzeit hast. Und wenn du bereits an dem Punkt angekommen bist, dann machst du schon mehr richtig als 95% aller Menschen. Weil das ist schon so weit fortgeschritten, auch wenn es sich jetzt in dieser Theorie erstmal so simpel anhört. Eine gute Pre-Workout-Mahlzeit sollte aus 20 bis 40 Gramm Protein bestehen, welches schnell verfügbar ist. Zum Beispiel Whey-Protein oder aber Eiklar. Das löst eine anabole Muskelprotein-Synthese für das Training aus und sorgt auch dafür, dass die Proteoloise deutlich geringer ist. Also der Abbau von Muskelprotein. Und am Ende des Tages ist zum Beispiel Muskelaufbau nur die Frage, welche dieser beiden Prozesse hat überwogen. Also Muskelprotein-Synthese, Prozess des Muskelaufbaus. Proteoloise, Abbau von Muskelprotein. Am Ende des Striches gibt es eine Netto-Bilanz in Anführungsstrichen. Und die sollte natürlich positiv sein. Das schaffen wir unter anderem mit dieser guten Pre-Workout-Mahlzeit. Zweitens solltest du zwischen 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate vor dem Training haben. Ungefähr 30 bis 60 Minuten vor dem Training mit einem best- oder im idealen Fall mit einem hohen glykämischen Indexwert. Weil dies einmal dafür sorgt, dass wir schneller auf diese Quellen zugreifen können und diese tatsächlich im Training nutzen können. Haferflocken zum Beispiel haben einen geringen glykämischen Indexwert. Und die sind erst bis zwei bis drei Stunden danach im Blutkreislauf angekommen. Während das bei Obst oder Trockenobst zum Beispiel ganz anders ist. Erdbeeren, Banane, aber gerne auch Reiswaffeln oder Reiswaffeln Marmeladen. Marmelade ist eine super coole Geschichte. Oder auch zum Beispiel Reismilch, was ich sehr gerne mache. Auch dazu verlinke ich dir vielleicht einfach mal meinen Blogbeitrag. Oder findest du auf Quantum.me Fitness. Da habe ich drei eigene Rezepte, die sehr, sehr geil sind. Und wie gesagt, wenn du das noch richtig machst. Also dann bist du schon besser als 95% der Leute. Und dann kommt nochmal Punkt Nummer 6. Das sind Supplemente. Und Supplemente kommen auch hier am Schluss, wie es immer der Fall ist. Meine liebsten Supplemente, vor allem in der Diät, sind ganz klar Kreatinmonohydrate. Weil das dafür sorgt, dass wir bessere Leistungen erhalten. Dass wir mehr Muskelmasse erhalten. Darüber hinaus finde ich es sehr sinnvoll, mit Whey-Protein zu arbeiten. Weil es einfach eine leckere Proteinquelle ist. Und besonders in der Diät, wenn wir eh schon weniger essen. Und vor allem darauf achten, nicht so kaloriendichte Lebensmittelzonen zu führen. Das ist eine süße Alternative. Und Omega-3-Fettsäuren. Wenn du das Ganze so umsetzt, diese sechs Punkte, die möchte ich jetzt hier nochmal vorlesen. Also die richtige Kalorien- und Proteinmenge. Ein sauberes Protein-Timing. Ja, auf vier gleiche Mahlzeiten am Tag verteilt. Wenn du Lebensmittel hast, du liebst. Und auf der einen Seite Lebensmittel hast, die reich an Mikronährstoffen sind. Gemüse etc. pp. und Obst. Wenn du eine sehr gute Pre-Workout-Mahlzeit hast. Und noch die richtigen Supplemente dazu nimmst. Dann bist du schon bei 98% angekommen. Das ist das Maximum. Und es ist leichter von mir, das jetzt zu skizzieren. Ja, das Ganze muss mit Leben gefüllt sein. Das ist dann, also ein Ernährungsplan ist dann eine Kombination aus Wissenschaft und Kunst tatsächlich. Aber wenn du das schaffst, in dein Leben zu integrieren, perfekt. Go for it. Und ich habe hier nicht Low Carb oder High Carb gesagt. Ich habe keine 100%ige Makronährstoffe angesprochen. Weil das nicht so wichtig ist. Das Ganze solltest du aber in der Lage sein, zwischen 8 bis 12 Wochen tatsächlich am Stück durchzuführen. Und das sollte sich im Idealfall natürlich anfühlen. So dass du nicht das Gefühl hast, du bist irgendwie groß auf Diät. Oder musst super groß verzichten. Und wenn du das alles am Platz hast, bist du verhältnismäßig sehr, sehr gut unterwegs. Und damit will ich dich jetzt quasi in die Wildbahn entlassen. Damit kannst du jetzt machen, was du kannst, in Anführungsstrichen. Das sind die exakten Planungen, die in meine Diät dieses Jahr eingeflossen sind. Die dafür sorgen werden, dass ich hoffentlich meine beste Form meines Lebens erreichen werde. Ich werde dich natürlich auf dem Laufen halten, was auch Bilder angeht. Und meine Probleme etc. Und damit kannst du dich jetzt quasi erstmal hinsetzen, auf dem Blatt Papier das ausarbeiten. Und hoffentlich sauber umsetzen. Dabei wünsche ich dir maximalen Erfolg. Und ich wünsche dir in diesem Sinne eine erfolgreiche Trainingswoche mit viel Protein. und einer hohen progressiven Überladung und viel Schlaf. Wenn dir das gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine positive Wertung dalassen würdest. Zum Beispiel auf iTunes. Dort ist es mir am liebsten. Oder da sehe ich das. Das würde diesem Podcast immens helfen. Für die Leute, die jetzt auf YouTube gerade zugucken. Das ist die erste Folge, die ich so abgefilmt habe. Falls ihr das cool findet und mehr in Zukunft davon wollt. Es ist ein Aufwand für mich. Ich weiß nicht, ob ich das langfristig so machen kann. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ansonsten für alle. Es bleibt ganz normal iTunes, Spotify. Wie immer jede Woche neue Folge. Vielleicht in Zukunft, aber auch auf YouTube. Das müssen mich aber die Leute auf YouTube wissen lassen. Ansonsten bleibt es bei Spotify und iTunes. Jetzt in diesem Sinne. Checkt das aus. Checkt die Show Notes aus. Dort findet ihr noch tiefer gehende Artikel. Ansonsten findet ihr noch die Fitnessfibel dort. Und die vielmehr Fitnessfibel kostenlos zum Bestellen. Werdet Teil der Fitnessfibel-Athleten. Und dann sehen wir uns auch schon bald live. Zum Beispiel in den Gruppen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir maximale Erfolge mit deiner Diäte. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann am Strand. Definiert und ripped. Und haben gemeinsam eine geile Zeit. In diesem Sinne. Ich bin raus. Bleib gesund. Bleib geil. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.